In diesem Modul geht es um die Evaluation des Projektes, welche nach Ablauf des ersten Jahres als Tabletschule vorgenommen werden sollte. Das Ziel der Evaluation ist es zu prüfen, was sich bewährt hat und an welchen Stellen eine Feinjustierung vorgenommen werden sollte. Außerdem muss das Projekt in den Regelbetrieb überführt werden. Dazu müssen auch dauerhafte Zuständigkeiten festgelegt werden. Eine Evaluation sollte zukünftig jährlich wiederkehrend eingeplant und die Ergebnisse dem Kollegium vorgestellt werden. Damit dieser Stein ins Rollen gebracht wird, sollte bereits jetzt die Erhebung für das kommende Schuljahr terminiert werden. Die Durchführung könnte beispielsweise an den Präsenztagen am Ende der Sommerferien stattfinden. Die Ergebnisse könnten dann im Rahmen einer nächsten Dienstbesprechung vorgestellt werden. Dies ist nun das letzte Modul zu diesem Thema. Wir hoffen, dass dieser Kurs Sie auf dem Weg zur Tabletschule unterstützen konnte und wünschen Ihnen für den Regelbetrieb und auch für die Weiterentwicklung des Themas an Ihrer Schule gutes Gelingen.